Haaa. Ja toll, kann ich gleich nochmal anfangen. Hallo und herzlich willkommen Leute, heute zu einem kleinen Infovideo, ja. Äh, die bringen auch mal ein Infovideo, ja. Äh, ist das erste Infovideo auf diesem Kanal, weil ich es sonst nie für nötig befunden habe, irgendeine Info rauszuhauen oder, äh, äh, ja, keine Ahnung. Ich drück mich halt auch gerne vor sowas und, äh, ja, heute dachte ich mir, ist vielleicht doch, ist doch ein bisschen nötig. Was ist denn überhaupt los? Ja, was ist denn überhaupt los? Äh, ich glaube, seit drei Tagen, bin mir jetzt aber gar nicht sicher. Ich kann ja mal eben nachgucken, ich surf ja gerade im Internet, ja. Äh, seit drei Tagen laut YouTube kam jetzt kein richtiger Part, also kein Let's Play mehr. Äh, woran liegt das? Die meisten werden es sicher schon wissen, ne, also jedenfalls die die letzten Part so ein bisschen geguckt haben. Ähm, ich war ein bisschen krank und, äh, ja, das bin ich jetzt eigentlich immer noch so ein bisschen nicht, ja, ne, also seit drei Tagen gab es halt keine Videos mehr. Das Letzte, was ich aufgenommen habe, war von letzter Woche Mittwoch und, äh, ja, ne, da habe ich auch schon danach gemerkt, oh, da ging es mir so dreckig danach, das glaubt ihr gar nicht. Und, äh, ne, da habe ich beschlossen halt erstmal Pause zu machen, bis jetzt. Also, es ist jetzt, es ist jetzt eigentlich immer noch nicht so wirklich vorbei mit der Krankheit, äh, deshalb wollte ich euch gestehen, es wird jetzt, ja, für die nächsten drei, vier Tage immer noch keine Videos geben. Ja, tatsächlich, ähm, ne, weil es, ja, auch wenn ich jetzt gar nicht mehr so viel Husten habe, es tut einfach ein bisschen weh zu sprechen, jetzt in so einem kleinen Mini-Info-Video, was ich auch krampfhaft versuche kurz zu halten. Ähm, geht das natürlich noch, aber ich habe halt auch am Mittwoch gemerkt, am letzten Mittwoch, wo ich, ähm, das letzte Mal aufgenommen habe, wo es mir eigentlich auch noch ein bisschen besser ging nach 20 Minuten oder so, da, äh, da, keine Ahnung, da war nichts mehr. So, ich, ich, ich bringe mich gerade selbst ein bisschen raus, weil ich hier, keine Ahnung, ich klicke überall rum. Naja, äh, ist jetzt auch erstmal egal, also die nächsten drei, vier Tage wird es halt auch wieder immer noch keine Videos geben. Ja, ne, lässt sich nicht ändern. Rein theoretisch könnte ich jetzt schon wieder was aufnehmen, aber, äh, ne, ich würde gerne vollständig genesen, beziehungsweise die Krankheit auskurieren und, äh, ne, dann mit frischem Wind wieder in die Let's Plays rein starten. Ich habe nämlich auch keinen Bock, irgendwas zu machen wie leise sprechen oder so, um meine Stimme zu schonen. Ne, wenn anfangen wieder, dann, dann richtig, ne, dann, ich habe auch mir vorgenommen, wieder ein bisschen mehr zu machen, aber, äh, ne, vielleicht, vielleicht sollte man auch langsam anfangen, werden wir dann sehen. Auf jeden Fall müsste die nächsten Tage halt, wie zum dritten Mal gesagt, ohne Videos auskommen von uns, ne. Das sollte nicht so schlimm sein im Moment, ist auch relativ viel auf YouTube los, wenn ich das so sehe. Kommt natürlich drauf an, wen ihr so abonniert habt. Aber, äh, naja, ne, also, wenn ihr es nicht aushalten könnt, dann kann ich das auch nicht ändern. Äh, auf jeden Fall, äh, wann wird's denn wieder losgehen? Also, ich denke mal nächste Woche auf jeden Fall. Vielleicht, äh, kommt aber schon am Wochenende was. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Ja, im Grunde war's das schon. Haut rein und tschööö. ? ? ? ? ? ? ?